Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Bobbyversum TV. Vielen von euch ist es in den letzten Tagen schon aufgefallen, viele von euch haben mich auch schon darauf angesprochen. Mit einigen von euch habe ich auch schon darüber gesprochen, aber da natürlich immer noch offene Fragen im Raum stehen, einmal ganz kurz das Infovideo zu den Veränderungen, die hier aktuell gerade auf meinen Kanälen stattfinden und vielleicht auch in Zukunft einfach noch stattfinden werden. Es gibt also einen neuen Namen, es gibt ein neues Logo, kurzum es gibt ein neues Branding. Aus Bobfried Zockt wird Bobbyversum TV. Die häufigste Frage, die mir dazu natürlich gestellt wurde, ist warum? Und natürlich hat das Ganze einen Hintergrund. Ihr kennt mich jetzt mittlerweile in Weilchen oder viele von euch kennen mich mittlerweile in Weilchen. Ihr wisst ganz genau, dass mir hier in diesem Bereich diese Community und diese Gemeinschaft, die hier entstanden ist, ganz, ganz wichtig ist und mir sehr, sehr, sehr ans Herz gewachsen ist und einfach auch der Antrieb dafür ist, dass ich hier, ja, das tue, was ich tue. Bei meinen bisherigen Kanalnamen hier auf YouTube war es Bobfried Zockt, auf Twitch war es Bobfried. Das heißt, alles sehr auf meine Person, auf mich bezogen und genau das möchte ich damit ändern. Das heißt also, diese Community, dieser Gemeinschaftsgedanke soll einfach weiter in den Mittelpunkt rücken und, ja, meine Person so ein bisschen in den Hintergrund, denn, wie gesagt, letzten Endes geht es hier um diese Gemeinschaft, um diese Community, die hier entstanden ist. Deswegen Bobbyversum TV. Diese Community wird schon seit langem von euch und von mir auch Bobbyversum genannt und dementsprechend heißt das Ganze jetzt hier Bobbyversum TV. Dazu gibt es natürlich ein neues Logo, welches mir sehr, sehr gut gefällt. Einigen von euch auch sehr, sehr gut gefällt. Das freut mich total und ich feiere das so ein bisschen. Es gibt natürlich aus diesem Anlass und auch das wurde schon mehrfach jetzt gefragt. Es gibt aus diesem Anlass natürlich auch schon aktuelle Merchartikel mit genau diesem Logo und es wird auch in Zukunft noch weitere Designs geben. Allerdings ist das ein Punkt, der ein bisschen weiter hinten auf der langen, langen Liste steht, der Dinge, die noch abzuarbeiten sind. Und das heißt also, es wird sich auch hier in Zukunft noch einiges ändern. Es wird auch die Inhalte betreffen, zumindest zum Teil. Aber da möchte ich dann einfach mit euch drüber sprechen, wenn es auch soweit ist. Ganz, ganz wichtiges Ding ist noch dabei, dass so eine Namensänderung natürlich nicht ohne Auswirkungen bleibt. Das heißt, insbesondere auf Twitch hat so eine Kanalnamensänderung massive Auswirkungen. Denn bei Twitch ist es so, dass der Kanalname Teil der URL ist, mit der dieser Kanal erreicht werden kann. Was ich damit sagen möchte, ist, dass ich ganz oft darauf hingewiesen wurde, dass alte Bookmarks, alte Links zu meinem Twitch-Kanal nicht mehr funktionieren. Und das liegt auch daran, weil ich halt wie gesagt auch auf Twitch den Kanalnamen geändert habe. Dort heißt das Profil jetzt nicht mehr Bobfried, sondern auch Bobbyversum TV. Und dementsprechend ist der neue Link dazu www.twitch.tv slash Bobbyversum TV. Und genau das ist das Problem. Wenn ihr jetzt einen Link gebookmarkt habt, also meinen alten Kanallink gebookmarkt habt, oder aber ihr ruft das Ganze aus dem Browserverlauf aus oder ihr ruft das Ganze von einem Link auf, der noch nicht aktualisiert ist, dann wird euch dieser Link nicht zu meinem Twitch-Profil führen. Das ist total dramatisch und das ist auch total schade, aber ich kann es nicht ändern. Ich habe euch natürlich hier unten unter das Video den aktuellen Link nochmal gesetzt. Ich habe auch in allen meinen sonstigen Videobeschreibungen diesen Link schon überarbeitet. Das heißt also, dort ist überall schon der aktuelle Link vorhanden. Ist natürlich mit einer Menge Arbeit verbunden, aber es ist natürlich auch für mich ganz, ganz wichtig, dass ihr mich auch auf Twitch finden könnt. Jeder, der da mal vorbeischauen möchte, ich freue mich über jeden von euch. Es ist immer auch auf Twitch ein ganz tolles Erlebnis. Die Livestreams machen richtig Spaß. Und dort sind wir immer am Freitag und am Sonntag ab 21.30 Uhr unterwegs. Und dementsprechend nutzt den neuen Link und schaut einfach mal rein. Ich freue mich auf euch. Solltet ihr noch weitere, andere Fragen vielleicht auch dazu haben, dann schreibt es mir gerne einfach unten in die Kommentare. Kontaktiert mich über Discord, kontaktiert mich per PN, was auch immer im Spiel. Überhaupt kein Problem. Ich rede da, wie gesagt, sehr, sehr gerne auch mit euch. Das ist überhaupt kein Problem. Ich wollte hier mit dem Video, wie gesagt, einmal erstmal grundlegend diese Info verbreiten. Und dementsprechend freue ich mich auf die Zukunft. Ich freue mich auf euch. Ich freue mich auf diese wachsende und wirklich sehr, sehr tolle und herzliche Community. In diesem Sinne bedanke ich mich jetzt erstmal wie immer fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Video. Vielen lieben Dank.